Hallo Leute, ich bin Güter aus Deutschland. Ich will ein schönes, besonderes Geschenk für meinen Schatz finden. Kann ich dir helfen? Weißt du, wo ich ein schönes, besonderes Geschenk für meinen Schatz besorgen kann? Ich bin eine Zauberin. Komm mal mit mir, ich helfe dir. Ich bin eine Zauberin, das ist ein bisschen möglich. Das ist ein bisschen, wenn ich mir das habe. Ich bin ein guter Freund, das ist nicht so, besonderes Geschenk für meinen Schatz. Das ist ein sehr schwerer Gewicht. Wo sind wir es? Wir sind in einem Romantisches Land der Welt. Oh, ich habe Hunger. Wie ist es denn? Ja, natürlich. 10.00 Uhr. Ich bin in Paris. Das war's. Oh, das war's. 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 Erst sind wir endlich auf dem Auto. Kein mehr weiter. Sehr gut. Ja, sind wir also in Khantin für die Regi? Was am Hlehlo des Reibers? Sie feiern gerade das Chinese ist ein neues Jahr. Sach II. Ich bin froh, 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 ich bin froh. Die alten Menschen geben, am ersten Teil des Jahres geht der Jögen. Aber wenn du dich anst, dann kannst du dich anst. Ich bin froh, ich bin froh. Guten Tag, Siegerte Damen. Salon, Herr Moskoy. Guten Morgen, Miss. Wie ich euch ein Töne, für ein Töne, oder ein Töne? Oder wollen Sie sich ein Töne? Es ist perfekt oder? Es ist perfekt. Nein, ich habe das falsch. Er ist etwas für seine Lieblingszene. Oh, sehr gut. Bye, bye. Guten Tag, ich bin froh. Guten Tag, ich bin froh. 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 Vielen Dank.